Bratan Production presents Bratan Production presents Gefängnisdirektors Radik Junge Hand aufs Herz, sind wir mal ehrlich, was hat das Deutsche TV heute noch zu bieten? RTL, Insekten fressende Promis Deshalb habe ich für euch heute drei neue Shows mitgebracht und ihr votet, welche Show ihr weitersehen wollt Also geht jetzt auf Join und votet für die Show, die euch am meisten gefällt Anfang der 70er hat sich der Sozialpsychologe Zimbardo gedacht wie es wäre, wenn man Menschen mit Machtbefugnissen ausstattet, die unbegrenzt sind Mein Name ist Weiß Ich bin Diplompsychologin und begleite dieses Experiment wissenschaftlich Zur Probande Weißt du, wie viele da reinpassen? 18 Mädchen Mach ein Experiment, Junge Mit Wissenschaftlern, alles professionell Die wissen sie nicht mal bleibt, auf was sie sich eingelassen haben Ukraine bleibt Beschweren die sich heute, die Deutschen, aber bleibt, dass ihnen die Zellen bleibt zu klein sind Machen auch Gangster, das war Gangster bleibt Zelle bleibt so groß wie Nillis bleibt Hamsterkäfig Wir machen hier Experiment wissenschaftlich Blatt an Ich hoffe, ich halte durch, sagen wir es mal so Ich hoffe, ich halte durch Als wir hier angekommen sind, mussten wir anfangen, Zuteilung zu machen Da habe ich überlegt, wer länger Shisha ziehen kann, der ist Gefängniswärter Sehr geehrte Teilnehmer, die Zustellung steht fest Wer Werter ist, wer Gefangener Ich kann euch nur gratulieren Ihr hattet das Glück, Werter zu sein Ihr wisst, Zlawik ist ein Mensch mit Herz und Verstand, Junge Deswegen, Bratucha, machen wir ein neues Serienformat mit Business-Tipps, nur für euch Soll man sich bei jemandem verhalten, der mehr Frauen-Orgasmus gegeben hat, als Zlawik bleibt? Ich finde es sehr schön, dass du gekommen bist Also, ist jetzt Frage für einen Freund Eine Karida, andere Karida, pfff Kann man erfolgreich sein, wenn man den ganzen Tag nur am Jacksen ist? Das ist der Champ, der kriegt heute ein bisschen Unterstützung von Zlawik Bruder, ey Ey, Bruder, was machst du, Mann? Du weißt, es ist kein was für Frauen in meiner Welt Du musst mich verstehen, auf eins dir nicht gefällt Es gibt nur eine Nacht zwischen tausend, hättest du sie mir beschrieben, welch bei dir und ich draußen Du weißt, es ist kein was für Frauen in meiner Welt Du musst mich verstehen, auf eins dir nicht gefällt Es gibt nur eine Nacht zwischen tausend, hättest du sie mir beschrieben, welch bei dir und ich draußen Werd aktiv, geh raus, Blattern, sprich Frauen an Sonst werden deine Pickel größer als deine Nase Was soll denn das hier? Ich bin doch viel zu alt, ey Der kleine Bratan hat heute sehr viel gelernt und sogar dem Bratan habe ich eine alte geklärt, Applaus Die ist wirklich ein bisschen alt Aber nicht schlimm, der muss auch klein anfangen Wenn ihr noch mehr sehen wollt, wenn ihr noch mehr Tipps wollt, wenn ihr noch mehr von Schule des Islamik wollt, dann habe ich jetzt gute Nachrichten für euch, Bratans Die Schule des Islamik, auf Join mit mir und meinem Bratan, Cher Lächeln, Bruder Sehr gut, noch mehr Lächeln Richtig Lächeln Ich bin Slavik, don't you, don't you, Mike Singer? Heute hat Slavik keine Kosten und Mühen gescheut, um der Sexualität des Menschen aufgrund zu gehen Genauer gesagt testen wir heute, ab wann man erregt ist und ab wann man spitz wird, Junge Elner ist heute auch noch dabei Ich bin durchaus durchgehend sexuell erregt Es wurde ein spezielles Messgerät herangeholt und so kann man zusammengenommen sagen, ob jemand angetörnt ist oder nicht Ich glaube, das Gerät wird sehr schnell bei mir ausschlagen, weil ich sexuell leicht erregbar bin So vom Körperteil her würde ich denke ich den Busen wählen, da muss ich ganz ehrlich sagen Aha, der Busen, der Achi ist richtiger Allmann, Busenle, Titern Junge Ich kriege sie gar nicht raus, so groß und wie, so eng Kira's Profit gut gedacht, weil die zu viele Titten gezeigt haben Und es gibt eine Webseite, auf der ihr euch einjacksen könnt, das ist jetzt an der Stelle auch kein Spaß Willst du Promocode noch einen richtigen? Ja bitte Wenn du dich anmeldest, kriegst du einen Ficklip gratis Das ist ja geil, sogar mit einem Angebot, wie bei einem Pennybleibler Ist so, ist so Das Experiment, muss ich sagen, fand ich sehr spannend, es war alles sehr wissenschaftlich Sieht man an den Werten, da hinten bleibt, Herzschlag, Herzschlag bleibt, Feuchtigkeiten bleibt Sometimes I'm a police officer or an army or a doctor or a fireman Ich versuche natürlich die Frauen so schnell wie möglich nach Bestem und Gewissen anzutörnen Ich kann definitiv einen Mann anzutörnen Hat dir schon ein bisschen gefallen, ich hab gesehen Ja 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 Guck, dass es nicht so aussieht, als ob ich warte. Mach so, als ob ich beschäftigt werden würde. So, guck, so. Oh, Elna, wie geht's? Wofür bleibt die Junge? Musikangang, ich sehe Elna, kommt auf mich zu. Und danach war ich im Film. Ich war durchgehend erregt. Ich bin Slavik Donutte, nicht Mike Singer. Wenn ihr die Sendung sehen wollt, nicht erregen, weiter. Du bist so nah mit der Kamera, Junge. Ich schiel doch, ich hab Silberblick. Und du weißt schon, die ein oder andere Gästin oder Gast kann ich auch einladen. Rein wissenschaftlich, Bruder, ist alles Wissenschaft. Hast du gesehen? Denkst du, als ob ich Elna eingeladen habe, um ein bisschen, dass sie für mich tanzt? Der Sinn war, zu sehen, wie ich... Blatt, an dieser Stelle konnten wir immer noch nicht aussehen, warum deine Couchritze fickst, du alter Ritzenpflücker. Deswegen schalt ein, Blatt. Vielleicht lernst du was über Sexualität, Blatt. Und nicht nur, wie du deine Couch- oder Ziegenblatt im Dorf fickst. Ich rede hier über Folgen, Blatt. Hier im italienischen Dorf ist eine Klimaanlage. Was ist das hier? Kudan, Blatt. Soll ich noch lüften, Blatt, als ob ich in Bulgarien am Sonnenstrand bin? Trinken, Blatt, die ganze Zeit leeren Kaffee. Denkt auch nur, weil ich Schauspiel studiert habe, kann ich die ganze Zeit vorspielen. Zucker, Blatt, Low-Budget-Projekte immer machen. Kein Bock mehr, Junge. Lass mich wie ein Spast aussehen. Ich geb dem gleich eine Faust, Junge. Das wissen ich ab. Professionell. Gleich, Junge. Das verstehst du nicht? Darbei auch, Blatt. Zurückgebliebener, Autist, Blatt. Darbei filmen, irgendwas Interessantes, Blatt. Ich muss arbeiten, Junge. Blatt, gib genug Pornoseiten zum Jacksen. Reicht doch, Junge. Wie willst du noch filmen? Komm, ab. Das war ja auch gleich Kündigung. Wegen Squirting. Damit sich nicht mein Bindegewebeblatt entzündet, wenn da der ein oder andere pH-neutrale Wert reinballert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.